Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Netzwerkbooster-Kanal. Heute geht es wie immer natürlich um einen Hack für LinkedIn und ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist Ute Blindert, ich sende hier aus Köln. Ich bin LinkedIn-Expertin, Buchautorin zu dem Thema, hier siehst du es, LinkedIn-Profil und Unternehmensseite, die schnelle Einführung und wenn du da so ein bisschen tiefer graben willst, kannst du bei mir unter LinkedIn auf der Webseite udeblindert.de auch noch ein bisschen weiter gucken und als besonderer Tipp, ab dem 3. Oktober gibt es bei mir die LinkedIn-Booster-Woche und du kannst dich über meine Startseite dort anmelden. Ich zeige dir das mal eben hier, wenn du hier auf meinen Bildschirm gehst, wir gehen jetzt gleich irgendwie rüber zu LinkedIn, aber ich zeige es eben kurz auf meiner Startseite, siehst du hier LinkedIn-Booster-Woche. Ich bin da dabei, draufklicken, dann kannst du dich hier anmelden vom 3. bis zum 7. Oktober, praktisch eine knappe Woche lang jeden Tag dich bei LinkedIn rumschummeln und mit mir und ein paar anderen sehr motivierten Leuten tiefer in das Thema einsteigen. So, jetzt lass uns rüber anfangen mit einem kleinen Hack, den ich auch diese Woche nochmal so richtig durchgebuddelt habe, weil mich jemand anders darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hier ist eine tolle Funktion, wie du als jemand, der seine Kunden bei LinkedIn erreichen will, die nochmal besonders auf die Sachen aufmerksam machen kann, die du anzubieten hast. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal direkt rüber zu LinkedIn. So, jetzt ist natürlich hier noch meine Webseite. So, jetzt gehen wir mal eben hier rüber und schauen uns das mal eben an. So, jetzt siehst du hier mein Profil und jetzt siehst du hier Serviceleistungen. Hier, du gehst hier drauf und kannst dann sehen, hier Serviceleistungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel angestellt wäre und ich jetzt zum Beispiel einen neuen Job suchen würde, dann könnte ich zum Beispiel hier etwas tiefer einsteigen und dann Bescheid sagen, was genau ich suche, was einen Job anbelangt. So, ich bin aber selbstständig und will ja meine Kundinnen und Kunden bei LinkedIn erreichen und dafür gibt es hier die Serviceleistungen. Und da gehen wir jetzt mal einmal hier auf alle Details anzeigen und ich zeige dir jetzt gleich, dass du und wie du diese Seite dann bearbeiten kannst. Jetzt siehst du hier schon Seite bearbeiten und jetzt kann ich natürlich die Seite auch teilen und wir gehen jetzt einmal hier direkt auf das Seite bearbeiten und du siehst jetzt schon, ich habe das hier schon ausgefüllt und will dir das aber jetzt nochmal zeigen, was du damit machen kannst. Also, Service-Seite bearbeiten. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie, du stellst dir vielleicht die Frage, ist es notwendig, dass ich zum Beispiel eine Unternehmensseite bei LinkedIn erstelle, auch wenn ich zum Beispiel nur Einzelunternehmerin oder selbstständig bin, brauche ich dann trotzdem eine Unternehmensseite, weil die muss man dann ja zusätzlich auch noch irgendwie pflegen, Beiträge teilen und so weiter. Und viele Leute scheuen sich davor, obwohl ich das trotzdem total sinnvoll finde, eine Unternehmensseite anzulegen. Gibt verschiedene Gründe dafür. Guck einfach mal hier in den Videos hier auf dem Kanal, den du jetzt auch dann abonnieren kannst. Guck da einfach mal, es gibt ein Video dazu, warum es trotzdem notwendig oder sinnvoll ist, auch als jemand, der selbstständig ist oder Einzelunternehmer ist, eine Unternehmensseite anzulegen. Aber wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer sagst, nee, das will ich nicht oder weil du vielleicht auch sagst, ich will mir das vielleicht erst mal nebenher aufbauen, ich weiß noch gar nicht so richtig. Also, dann zeige ich dir jetzt mal, wie du das hier nochmal entsprechend weiter bearbeiten kannst. Jetzt siehst du hier schon, das sind die Sachen, die ich jetzt mal hier eingefügt habe. Und bei mir ist ja so, ich mache ja Netzwerke in digitalen Zeiten, das ist mein Thema. Und ich mache zum Beispiel, wenn ich LinkedIn-Beratung mache, ist das natürlich zum Beispiel was, was in Richtung Marketing-Beratung geht. Ich mache aber auch viel so Netzwerk-digitale Event-Veranstaltungen. Deswegen habe ich hier mal Live-Events, Eventplanung, Filme-Events mit reingenommen, Schulung mit reingenommen. Also, ich finde nicht, dass alles für mich so eins zu eins super passt, aber da muss man vielleicht letzten Endes so sagen, wenn dann zum Beispiel jemand sucht nach öffentliches Reden und Köln, dann würde dann womöglich mein Name dann zum Beispiel in dem Fall angezeigt. Und ich gehe jetzt mal mit dir hingehen, also ich gehe jetzt mal mit dir hier hin und jetzt kannst du hier zum Beispiel auswählen. Also, du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich bin zum Beispiel Texterin, ich gehe zum Beispiel mal hier auf Texterstellung, Bloggen, Content-Strategie, Copywriting, Redigieren, Technische Schreiben, Texterstellung und so weiter. Ich könnte jetzt zum Beispiel Content-Strategie, wäre vielleicht nochmal ganz interessant, ich lasse das jetzt mal. Und du siehst jetzt hier, du hast immer unter diesen einzelnen Punkten die Möglichkeit, dann entsprechend was einzutragen. Marketing fand ich jetzt zum Beispiel, Marketing wäre jetzt zum Beispiel hier tatsächlich nochmal interessant. Marketing-Beratung wäre jetzt nochmal das richtige. Marketing-Strategie, also du siehst, man muss sich da ganz gut so durchforschen, bevor man dann entsprechend, weil ich hatte jetzt zum Beispiel Marketing-Beratung mit hier drin, weil ich über den Bereich Beratung gegangen bin. Und da war dann zum Beispiel hier die Marketing-Beratung mit dabei. Ich finde jetzt tatsächlich, wahrscheinlich würde es sogar besser passen, wenn ich da mehr unter diesem hier Marketing gehen würde und dann zum Beispiel sagen würde, okay, wir gucken uns dann zum Beispiel mal den Bericht. Ja, gucke ich einfach nochmal, dass man sich da die Sachen nochmal so anguckt. So, dann hast du die Möglichkeit, also hier kannst du noch eine ganze Menge hinzufügen, aber denk dir da halt immer, je mehr du hinzufügst, umso beliebiger wird das. Je klarer du da bist, umso enger ist das und dann ist natürlich die möglichen Suchanfragen sind dann vielleicht nicht so viele, aber dafür ist es dann halt umso passender. Also zum Beispiel Eventplanung Köln, dann wäre das schon wirklich so, dass man sagt, da sind dann nicht irgendwie Zehntausende, sondern da wäre dann zum Beispiel ich eine Person, die zum Beispiel für digitale Events dann in Frage kommt. So, was jetzt aber total wichtig ist, du hast hier nochmal die Möglichkeit, so eine Infobox auszufüllen und im Vergleich zu dem, was beim eigentlichen Profil als Infobox ist, wo du ja 2000 Zeichen unterbringen kannst, kannst du jetzt hier 500 Zeichen unterbringen. Und ich würde dir jetzt hier tatsächlich auch empfehlen, die 500 Zeichen mehr oder weniger auszunutzen. Ich habe jetzt 451, da das jetzt aber hier ziemlich rund ist, lasse ich das jetzt mal so und würde jetzt einfach mal hin sagen, das lasse ich jetzt mal eben hier so und speichere das Ganze jetzt. Jetzt fragt mich LinkedIn, es bietet mir dann nochmal an, ich kann das zum Beispiel dann auch teilen. Und hier ist zum Beispiel jetzt mal ganz interessant, ich würde jetzt, wenn du selbstständig bist, das auf jeden Fall ausfüllen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sollte das so sein, dass du das hier nicht siehst, also dass du das hier bearbeiten kannst, dann würde ich dir, dann würde ich dir Folgendes vorschlagen, dass du, dass du mal guckst, ob du hier die Infobox ausgefüllt hast. Denn ich hatte das neulich bei einer Kundin, die dann halt das, die Infobox noch nicht ausgefüllt hatte und sobald die die hinzugefügt hatte, konnte sie dann hier auch tatsächlich hier die Serviceleistungen hinzufügen. Also teste das mal aus, falls das nicht mit dabei sein sollte, dann wäre das das, was vielleicht dann irgendwie fehlt, um das dann halt auch dann entsprechend zu bearbeiten. So, das war es zu den, zu der neuen, zu den Serviceleistungen, die du zu deinem Profil hinzufügen kannst. Das ist wie so eine kleine Unterseite zu deinem Profil, also eine interessante Neuerung von LinkedIn. Sehr, sehr spannend, finde ich eine gute Geschichte und solltest du nicht unterschätzen, das bei dir auch noch mit reinzubringen. So, jetzt nochmal, 3. bis 7. Oktober, LinkedIn Booster Woche. Wenn du Lust hast, mal so eine Woche lang so richtig LinkedIn zu rocken und mit mir auf Safari zu gehen, dann geh auf meine Webseite. Hier, du siehst das hier, geh auf meine Webseite, die ich dir jetzt gleich nochmal zeige. Du siehst das hier, uteblinder.de slash und dann einfach LinkedIn Booster Woche slash Anmeldung und jeden Tag vom 3. Oktober an einfach mal so ein bisschen dich durch LinkedIn durchforschen, hier anmelden. Und dann kannst du mit zu mir rüberkommen in die LinkedIn Booster Gruppe. Hier bei LinkedIn gibt es dann schon, die sind schon die ersten Leute mit dabei und du kannst dann mit auf Safari gehen. Und ich freue mich riesig auf dich, wenn du mit dabei bist. So, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns wieder und ich wünsche dir ansonsten super gutes Vernetzen, Neverland Alone und viel Erfolg. Alles Liebe, deine Ute Blindert. Tschüss.